In Mafoli spielst du ja einen ziemlich gefährlichen Typen, der was recht Vampirisches hat. Ist das ein Charakterzug? Das ist kein Charakterzug, das wird mir öfter nachgesagt und ich kann es dadurch erklären, dass ich tatsächlich aus Rumänien komme. Aber ich arbeite eher mit dem Innenleben meiner Figur und nicht mit dem Äußeren. Deshalb freue ich mich natürlich, wenn das ausgelöst wird, diese Assoziation, aber da kann ich nicht. Man hat dich ja auch in einer ganz anderen Rolle gesehen, sehr sensibel, sehr gefühlvoll den König Ludwig von Bayern gegeben. Wie bereitest du dich auf solche unterschiedlichsten Rollen vor? Das ist ganz unterschiedlich. Bei Ludwig müsste ich sehr viel lesen. Ich habe mir alle Filme angeschaut, die es über ihn gab. Also wirklich, dass er jedes Mal eine ganz unterschiedliche Arbeit hat. Hier konnte ich mich auf, ich musste natürlich einen Untergrund bauen für die Figur, aber es war hauptsächlich die schauspielerische Zusammenarbeit, die Mafoli gebildet hat. Bei Ludwig war es wirklich sehr viel theoretische Arbeit, die ich da machen durfte. Bei Mafoli hast du ja sehr viel Körpereinsatz. Wie war denn das? Ja, bei jeder Figur gibt es viel Körpereinsatz. Hier geht es in die etwas gewaltvollere Richtung. Und ja, da muss man sehr gut dosieren zwischen Wirkung und Schauspielerschutz am Set. Und hat Hollywood schon angerufen? Noch nicht. Und vielleicht ist das auch nicht so. Danke vielmals.